Und es geht weiter mit BB2K22 My Rise, ich hoffe du bist wieder mit dabei, auf jeden Fall Leute, abonniert, aktiviert die Glocke, Glocke, ich hab's mit der Glocke, lasst eine Bewertung da und guck, unten wird beschrieben, da ist alles verlinkt. Ich bin schneller, als ich dachte, ich wäre, und ich habe das letzte Mal zu unterstützen. Ich habe es gar nicht geschafft, das ist warum ich in der Mitte der Glocke kam. Ich weiß, du hast alle meine Methoden, also hoffe ich, dass es okay war. Nein, es war. Und wenn wir ehrlich sind, habe ich eigentlich etwas zu sagen. Ich glaube, dass das ganze Sache mit dem Unbekannten und deinen Wissen-Tiefs ein bisschen schade war. Und das ist verrückt, aber ich dachte, dass du unter der Maske war. Oh, wirklich? Es hat mir gedacht, dass das alles ein großer Schema war, um meinen Inter-Continental-Titel zu nehmen. Und jetzt fühle ich mich schlecht. Ich habe es gar nicht gegeben, und es ist okay, und nicht so schlecht. Ich habe sicher schon etwas schade gemacht, also ich weiß, warum du all das denkst. Entschuldigung. Stopp, es ist okay. Wir gehen einfach über das, okay? Ich werde wieder in deinem Körner nächste Woche, und wir pretendern wie nichts passiert. Natürlich geht die Story mit Sami Zayn weiter. Und ich bin gespannt, wohin das hinführen wird. Denn ich habe immer noch das Gefühl, dass Sami Zayn irgendeine Faxe machen wird. Ich weiß nicht, warum. Kommt mir so komisch rüber. Also es kommt mir echt komisch rüber. Weisheitshand ist das, aber plötzlich steht der doch da, der hat sich früher erholt. Es gibt es ein Konzentrier. Ja, das ist es. Es ist ein Konzentrier. Wir wollen auch noch einmal. Für die Spiking DDT Running knee lift Climbing up top He's got big plans From the top Double axe handle connects Mounted with punches Oh a nasty stop To finish it off That was nasty Momentum is running away From Elias Oh, now he runs exactly on the same side And that's fast enough It's weird, I had some feeling That he's going to be out Die Mui-Tai-Training ist wirklich auf hier. Oh, ein Kick right in die Füße. Und jetzt ist er nur aufgerissen. Er muss aufbauen, seine Levels aufbauen. Hold on a second, er könnte ein Submission Hold hier. Oh, was ein Crossface. Nach dem ganzen zwei Männern, die durch die Füße, will es enden wie das? Will es enden mit der Submission? Nur mei, es hat sich grad überschneuer gefügt. Oh, es hat sich grad überschneuer gefügt. Ja, jetzt war's. Wieder Fegelschlang. Mhm. Mhm, mhm. Hinter mir. Sack. What the heck? What was that all about? I have no idea. Why should I be a good person and try to help you if you won't even give me a chance, huh? Answer me. There's no point to any of this. From now on I'll just be what you and everyone else think I am. A shady liar, a cheat and the man who is going to take your title. Wow. In a matter of seconds everything just changed for the intercontinental champion. Did I say the champion was on a roll with Sammy? Yeah, I meant collision course. It was so was von klar, Alter. Das war so. Warte, ich muss das hier ausmachen kurz. Also jetzt. Das war so was von klar. Das sehr misäen. Auf jeden Fall. Da warst du zu, Alter. Der kann nicht einfach nur mein Coach sein und da rumsitzen. Solltest du mich nicht gehört haben, wiederhole ich es gerne. Du hast mir eine Chance gegeben, also werde ich ab sofort der sein, für den mich alle halten. Ich brauche keine Freude und keine Zustimmung. Ich will nur deinen Titel. Ich verstehe, dass du dich aufregst, aber was du getan hast, verstehe ich nicht. Ich dachte wir hätten das alles hinter uns gelassen. Nein, ich will jetzt all deine Schwächen, ja, und weil ich jetzt all deine Schwächen kenne, werde ich sie ausnutzen. Du hast nichts verdient, das nächste Level zu erreichen und dafür sorge, indem ich mir deinen Titel schnappe. Na gut, du willst mir gegen 4,5 soll mir recht sein. Na ja, komm, Alter. Pack mal kurz Sammy. Zane. Kurz und das war's dann auch. Ganz easy. Aber ich glaube danach ist die Story vorbei. Nach diesem Kampf ist die Story mit Sammy Zane zu Ende. Ich habe gedacht, du kennst meine Schwächen, hä? Ja. Du hast mein Mentor! Du hast mein Leben! Du hast mein Leben! das ist Aber so wie du auch abgehst, so schnell werde ich es auch beenden. Oha! Krank, Alter! Oh, der trifft mich noch! Oha! Der reicht! Ey, Alter! Einfach! Krasser Gewürzel von Sammy! Oha! Das ist richtig! Oha! Das ist richtig! Glück, ey. Hab dich. Ah, schade, denn sein Kopf ist noch gelb. Aber so wie ich drücke, ey, mein Controller, geht kaputt. Und still der AEW Intercontinental Champion, der Destroyer. Yes, die Story ist hiermit zu Ende. Ich hoffe, Adam Pear sagt jetzt nicht, hey, du musst jetzt deinen Dingercharakter ändern. Du musst den Laden schmeißen. Ich hatte mich nur nicht vor, mein Weisheits-OP erholt, aber wenn es dann soweit ist und das wird bald sein, verlange ich einen Rückkampf. Okay, Sam, wie du meinst. Mir ist aus der Sache rausgehalten, aber wenn Sam einen Rückkampf kriegt, darf der Regeln werden. Das ist nur gerecht, gib mir Bescheid. Eigentlich scheißegal, ey. False code anywhere. Geht klar, mir fällt vielleicht ein Weisheitszahn, aber dir fehlt es überhaupt an Weisheit. Weisheit. Oh mein Gott, ey. Das war so richtig Lash, was grad Sam mir gebracht hat. Mir fehlt ein Weisheitszahn, aber dir fehlt die Weisheit. Ey, Leute, bringt es mal irgendwo, ey. Natürlich müsst ihr da auch euer Weisheitszahn ziehen lassen, also geht davor erst extra euren Weisheitszahn ziehen lassen. Und danach, also lasst euren Weisheitszahn ziehen. Das war jetzt komisch gesagt, das hat sich nicht so richtig angehört. Und danach sagt es jemandem. Das ist sinnvoll oder Aufgabe. Leute, wenn ihr wissen wollt, was passiert, kommt Anywhere Matches. Ich kann Sammy rausschmeißen und wir können hier draußen weiterkämpfen. Und zu draußen kann man auch zählen. Ganz easy. Das war aber wieder nicht hier! Ich war jetzt die Wir sehen uns wieder! Wir sehen uns auch noch. Wir haben die F scatterfläche. Wir sehen uns hier, dass wir die Flüge schwenken. ja ihr seht es richtig wir werden diesmal Tische kaputt gehen die Säme Zane retaliates now would be the time for everyone to clear out easier said than done they are not concerned about anyone else's well-being Das ist nicht so großartig. so die Leute wollen was sehen Sammy hey also die Zuschauer wollen was sehen komm mal mit oh mein gott hey wieso geht das nicht jetzt jetzt Leute jetzt sehen wir was schmackhaftes und direkter Pimp das ist awesome habt ihr gehört das ist awesome easy hey das war's mit der story ein neuer Mentor Social Media El Ordinario ich kann dir einen besseren Kampfleiter sehen aber eben lasst uns das machen El Ordinario ich weiß nicht wer du bist und daher alles gut Kollege oder gar nichts aber ich habe da einen grünen Dinger warum auch immer ich muss hier werden glaube ich Posteingang ich weiß nicht nein meine ich habe kein Bock mit auf diese Storyline ähm nehmen wir hier irgendwas an ich weiß nicht hier ist zwar bei Orte ist grün vielleicht muss ich mich ändern aber keine Ahnung Alter und hier ist nur noch Mark Thompson ey mach mal den Hörer ich bin ein großer Fan von japanischen Ressling starker Styl für Leben haha verstehst du meine soziale Medien Namen Mark for life egal glaubst du denkst dass du Shinsuke Nakamura und ein starker Styl match sein könnte es gibt irgendwas über die matche die alles über die hart hittenden grünen Fizikalität Ich erinnere mich, aber ich weiß, habe ich das schon mal gemacht? Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr wirklich. Es war Anfang, als ich am Anfang Smackdown kam. Habe ich das angenommen oder habe ich es abgelehnt? Ich weiß es nicht mehr. Jetzt, wenn nach diesem Kampf ich nichts mehr bekomme, dann heißt es, ich muss Heal werden. Und wenn ich Heal bin und immer noch nichts habe, dann muss ich, keine Ahnung, dann weiß ich, wie ich zu einem anderen Brand wechsle. Also zu Raw wechsle. Bei NXT weiß ich es nicht, aber bei NXT kann ich mir vorstellen, dass es halt zum Baylor uns bekommen kann. Also, ein Kollege spielt es ja auch. Versuche ich uns genau durch K.O. oder Aufgabe zu besiegen. Ohne Sprung muss mit dem obersten Seil ich bin. Und der Kollege hat zu mir gesagt, bei NXT ist es halt so, dass da nur geiles Team-Beylor und Team-Beylor kommen. Das ist geile dran. Aber sonst, ich habe zu ihm gesagt, ich kann es nicht spoilern, weil in Smackdown und Raw ist es halt besser. Ohnein, ich darf das nicht. Ich darf das nicht. Das war knapp. Aber das darf nicht. Und ich bereich es nicht. Ohnein. Oh mein Gott, Terminating Knee-Smash. Stolpe in der Lange. Ich habe einen Kopfschappen, ich habe einen Nige gemacht. Nakamura sieht, dass er ein Schritt verloren hat. Ein Submission-Match ist all über die Waren und Tear-Cold. Er wird gut gemacht, um das zu erinnern, um zu erinnern, um zu erinnern. Er wird mit dem K.O. Er wird mit dem K.O. 4 unter der Gesichter. Oh, oui. Oh, Katapult, wir sind auf der Gegend. Warum? Warum weicht das Zimmer aus? Knochenbrecher-Wut Ich hab gleich wieder aufgegangen Haben Sie nichts gemacht? Huuuuhh, Sikletcher Mach! Ich hab kein Sikletcher Strong Style Regeln Beziehungsweise Strong Style Rules Ja, ja, alles gut Ich bin unaufhaltbar Das liegt daran, weil ich auch zu krass bin einfach Seit wann spiele ich WWE? Seit SmackDown vs. Raw? Boah Schon übel Brutal Der Stärkste der Starken So, Mitteilung Okay Und eigentlich ist die geschlagen Äh, ich hab noch irgendwas Ich hab noch irgendwas Ja, guck ich muss mich ändern Sonst Sonst Komme ich nicht voran Guck mal, ich kann nichts mehr machen hier Krank Ich bin einfach ins SmackDown Muss ich jetzt einfach mal Pflicht Heal werden Heal werden Ja, ja, okay Ja, ja, okay Ja, okay Ich werd, ich werd Ich werd heal Alles gut Okay War ich nicht War ich nicht davor Ich hab mich doch schon mal geändert In SmackDown Gucken wir mal, ob sich jetzt was ändert Wenn es wirklich so ist, dass du face wirst Und dann alles machst Und danach musst du heal werden Weil du wirklich jetzt Im Moment nichts mehr machen kannst Musst du heal werden Passieren dann wieder ganz neue Sachen Ich frag mich das jetzt wirklich, ey Das wär halt nice Aber nicht Apollo Crews Ey, Apollo Und hier fängt immer mein Heal oder mein Face Dinger an Ja, ist das Änderung Du bist richtig, Corey Das ist Hardcore All the way Und der WWE Universe kann nicht genug von Oh To 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 Ich habe immer so Träume, aber ich weiß genau, weil Paul Heyman ist mit Roman Reigns. Was hat Paul Heyman mit mir gewohnt? Aber das wäre halt nice, ich würde das überfeiern, Alter. Oh man. Ich hoffe, jetzt ist es vorbei. Ja, vorbei. So, jetzt bin ich hier und jetzt bin ich gespannt, was auf mich zukommt. Ich bin echt gespannt, ey. So, Ausrichtungswechsel Orte. Ich kann nirgendwo hin. Ich kann nichts mehr machen. Ich habe heute die Interesse nachgefroren. Willi Müller, Trotsche. Scheiße, jetzt hätte ich das Ohr. Nein, danke. Kommen wir gleich zur Sache. Wir brauchen diese Woche hohe Einschaltquoten für Smecto und die Formel. Leute, jetzt habe ich doch schon mal gemacht, oder nicht? Ich glaube, ich muss NXT. Quotenrevan habe ich schon gemacht gehabt. Muss ich nicht mehr machen. Ich muss wechseln. Na gut, gehen wir zur NXT. Egal. Ja, ich weiß. Bescheid, aber bis die Tinte auf dem Papillon geträumt ist, habe ich noch ein Abschiedsgeschenk für dich. Ein letztes Match bei SmackDown und du gegen Kevin Owens. Nein, im Ex-Formel-Smack. Ja gut. Dann machen wir unser Match gegen Kevin Owens noch. Und dann ab zu NXT. NXT ist halt nicht so meins, ey. Ich weiß nicht, bei NXT. Es könnte interessante Sachen passieren, ja. Aber ich war jetzt mehr für Raw. Ob ich jetzt wieder zu Raw gehe und dort jetzt alles fertig mache. Ich habe SmackDown wirklich alles fertig gemacht. Ihr habt selbst gesehen, ich konnte nichts mehr machen. Nur ein Quotenkrieg wieder. Und das war's. Was passiert, wenn ich wieder zu SmackDown zurückkommen würde, würde ich dann alles von vorne wieder anfangen. Oder würde ich dann eine andere Storyline kommen. Das weiß ich halt auch nicht. Was ist denn so gut? Hier kommt die Pitsch. Oh, ein Run! ... ... Hits in mit der Counter. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Not quite yet. Firm control. He's getting a little badder now. Not everyone's cut out for Extreme Rules. Maybe he wasn't ready. Great thinking to stop Owens. First one missed. Second one didn't. Effective. Owens running into some trouble. Owens just can't find any breathing room. Whoa, just floating through the air. Moonsault. I knew he was. I didn't do anything from that point. He took control. He made my signature. I wanted to hit him. I didn't do anything from under the apron. I've learned from under the apron. I'm producing a trampling. KO avoids the attack. I couldn't do anything from that point. I was going to say, let's go in the ring now. What's the plan here? What's the plan here? Now we're talking. This sledgehammer might be what decides this match. I don't know. He's trying to check it. I don't know. I don't know. I don't know. He's trying to check it. Why do I say, let's go in the set. I don't know. I don't know. I don't know. I don't know. Hey, man. Hey, man. We do, we do, we do. Ich kann jetzt die ganze Zeit trotzen bleiben. Der wollte einen Finisher geben, Starner. Der Reste auch, der Knopf ist vorbei. Also Leute was soll ich euch sagen, nächste Folge ab zu NXT. Was anderes kann man nicht mehr sagen. Auf jeden Fall Leute abonniert, aktiviert die Glocke, lasst eine Bewertung da und guckt mal unten in der Videobeschreibung, denn da ist alles verlinkt. Und wenn du zur Playlist gelangen willst. Wenn du zu der Playlist gelangen willst, am Ende, also im Endcard ist dann Dinger. Die Playlist vorhanden, da kannst du direkt dann draufdrücken und dann in die Playlist von 2K22. Aad. 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 Vielen Dank.